Also ich sehe schon, ich habe hier wirklich mehr Platz und hier kann ich praktisch dann immer die Ergebnisse ablesen so richtig, oder? Was ich gerade mache oder was ich getan hätte. Radio gibt es auch? Radio ist mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung. Der Fahrer hat heute immer höhere Ansprüche, sieht man ja an PKWs, an LKWs und jetzt ist die Maschine da mit dran. Wir müssen da ganz schön Gas geben, dass wir den Fahrerwünschen nachkommen. Sehr, sehr durchdacht. Die Lenksäule höhenverstellbar, sehr schlank gearbeitet, alle Pedale ein bisschen weiter auseinandergenommen und ganz sicher aus der Sicht der Berufsgenossenschaft haben wir diesen Querholen 140 mm weiter nach oben gemacht, damit er besser sehen kann. Wir haben die Dachscheibe 200 mm weiter nach hinten gemacht und so hat er einen sehr guten Hundumblick. Genau.